Ich habe eine Drohne angezafft. Aber alles im Blick. Da unten tut sich was, Alejandro. Migranten sind in Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerübt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hattern wegbringen. Okay. Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Borja. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden. Ende. Kommt er rüber? Ist das die Zuständigkeit der USA? Dann müssen wir das wohl verhindern. Ja, Koronel. Da. Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Oje, Escucha. Das Kartell verlennt Hassans Nell. Kriegen Sie noch, bevor Sie drüben sind. So. Ja, das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt, dann ist mir hier alles zu viel Dialog. So, willkommen. Hier an der Grenze von die Mexiko und die USA. Folge Nummer 3. Das sehen wir mittlerweile. Psst. Stimmen. Da ist der sagt, Psst. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Hüpter mit seiner Taschenlampe über den Baumsturm. Fleißte. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Ja, warte jetzt. Ja oder ne? Despejado. Despejada. Watson, das Ziel ist rüber. Er ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Körner, das ist nicht ratsam. Wir haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Rodolfo, nimm die Leiter. Los! Oh, ne Witz, ey. Also, wie schaffen die es denn so easy peasy so eine fette Leiter hinzuprobieren? Sichtkontakt. Negativ. Er ist weg. Negativ. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Oh. Ah, easy, entspannt, ne? Mal hier so runtergleiten. Das Kartell wird ihn zu einer Lagerfassel. Da wäre man vielleicht komplett auf die Fresse geflogen. Wir müssen es finden. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. So wird das denn funktionieren. So haben die überall immer mehr Freunde. Das hört sich aber nicht so gut an, wenn wir da lang gehen. Da draußen ist jemand. Diese Wichser. Diese Wichser. Hey! Was sagt er? Wie kann man denn so viel Lärm machen, ey? Wir fahren doch einfach Autos in der Gegend rum. Wach auf! Ich gebe Weckung. Was ist euch da hier? Sagento! Die Polizei ist unterbrechen. Geh an die Tür. Ah, Polizei ist unterwegs. Welche Tür? Spezialeinheit! Spezialeinheit! Schlafzimmer sicher. Weiter. Willst du auch runter mit der Waffe? Treten Sie zurück. Okay, nicht schießen! Nicht schießen! Die Männer, die hier durchkommen. Wo sind die Kinder? Danke. Hallo. Schön haben sie es hier. Hassan ist weg. Wir müssen los. Stolz auf zwei Söhne, wa? Und weiter geht's. Wir sind an der Ecke Flores und Badrachas. Ich höre hier Hunde sich in jeder Ecke, aber ich sehe keinen. Das ist eine absolute Freche. Verstanden, ich schicke die örtliche Polizei. Und das ist hier nur Atmosphäre. Ach so, jetzt sprinten wir, oder was? Bis. Oh, oh. Kartellpatriole. Ich halte sie aus. Ey, der Fahrer ist schon längst tot, Alter. Wie sollen die Karre denn weiterfahren? Nicht zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Also das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das jetzt so ein Hügel ist, wo die Karre einfach mal weiterrollt. Und der andere hat direkt so ein Typ ist mit... Man verkackt ein Sturmgewehr obendrauf, ey. Recht. Alles gut. Ach, wieder Garten ein bisschen ordentlich machen. Wir helfen gerne. Spezialeinheit. Wenn auch wir ihren Garten aufräumen wollen, nutzen wir uns gerne an. Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. Meine Berger, bewachen Sie! Der Mann, der eben hier durch kann. Wo ist der? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Hände hoch! Ey, ey, ey! Fass sie nicht an, verdammt! Keine scheiß Bewegung! Antworte! Äh, äh, draußen! Er ist zum Lagerhaus gerannt! Welches ist das Lagerhaus? Blau, zweistöckig, am Ende der Straße. Linke Seite! Ich höre dir mit dir! Okay, ihr habt, was ihr wollt! Jetzt geht! Ja, 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 ja! Geh lieber zweimal nach, bevor du dich bewegst! Die zwei Hayo Peis! Ja, was? Hä, was? Rolfo, auf geht's! Raja! Lokale Polizei! Lass mal ein Wort gehalten! Sind Spezialeinheit und... Tu einfach, was ich sagen! Erklären das! Ah, ja! Dann ist sie ja! Die Polizei von Amerika! Waffe weggesteckt, Hände hoch! Aber er habe mich trotzdem abgeknallt! Danke! Lokale Polizei! Lass mal ein Wort gehalten! Die scheiß Waffen fallen lassen! Sofort! Tu einfach, was sie sagen! Wir klären das! Oder ich knall dich ab! Kapiert? Finde ich ja nett! Fort hinten! Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen! Ich hab kein Problem damit, dich zu erschießen! Tu, was ich dir sage, oder ich knall dich ab! Komm auf mich zu und lass die Hände oben! Körnel Alejandro Vargas! Spezialeinheit, wir verfolgen eine Terroristin! Gomez, warte! Das sind ihre Leute! Hehe! Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden! Wo ist euer Verdächt? Wir haben ihn zu! Hahaha! Ja, das war ja ein super Plan! Schöne Straßensperre errichtet, die dann überhaupt nichts gebracht hat! Und ich frag auch noch so scheiße! Noch einer, oder was? Und ich frag auch noch so scheiße! Knall den doch ab, du Stück Scheiße! Entschuldigung! Aber, ich bin doch nicht alleine da! Wir müssen los! Da kommen wir noch zwei! Bleib an! Ich kann den doch! Ich versperre die Ausgänge! Meine Fresse ey! Kann doch nicht alles alleine hier machen! So habe ich eigentlich keine Munition mehr! Geh rein! Ich kann nehme die Außenzeige! Was haben wir eigentlich für Waffen? Ja, entspann dich! Entran doch! Wir haben Hassan in der Falle, sagt der Weiste! Gar nichts habt ihr! Fechheit! Ahem, Oh! Ahem, Oh! Ahem, Oh! Ahem, Oh! deren seine grundausbildung gemacht klar ich weiß es da verbissen die sich zeit türen aufgemacht wir haben nix alles easy jetzt kommt er nicht oder was ich verarschen kommt der dann wenn man schon so einen schritt hier reingemacht hat da sind für eine flinte auch da auf flüchtige und die knarre wieder aufheben klar alter ja moin also dass das ist wild ist schon irgendwie geh in den ersten stock drei türen badezimmer du sau schön verfolgen beim vorhanden versteckt war komm ich lasse noch ein bisschen wasser ein mit shampoo schäumen mustert hier ist jetzt keiner drin oder was schönen wir gehen mich zum letzten korridor der wand er sitzt in der falle in dem video das ist natürlich dumm gelaufen würde ich sagen ich glaube der ist weg verbrennt alles weißt du wer ich bin du bist ein terrorist ich bin soldat und hier um zu kämpfen er hat es nur noch beleidigt nein lasst ihn brennen wie gorrani brannte ich komme nicht raus hör zu hassan ist nicht hier wie es aussieht bringen sie ihn weg etwas überquert den atlantik es ist ein schiff es liefert irgendwas geile rettungsaktion chapeau dafür hassan steht wieder in las almas unter kartellschutz mexikanische spezialeinheiten haben bestätigt hassan schafft was großes richtung us es könnten container mit raketen sein wir wissen nicht wie viele und kennen die ziele nicht deswegen müssen wir hassan fangen und zum verhör bringen wir schicken soap und ghost mit der nötigen unterstützung um sich den mexikanischen spezialeinheiten anzuschließen wir können keinen krieg in mexiko starten general natürlich nicht ich beauftrage philip graves und seine shadow company selten als unterstützung mit ihren einsatzregeln können wir das leichter durchziehen verstanden verstanden alejandro salzende megabies nenn mich sop lieutenant las mal sagt alles sagen ghost eigentlich glaube ich es wäre ihm lieber wenn Willkommen in der Stadt der Zellen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das sind Las Almas. Shepherds Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartell Unterschlupf. Zehn Kilometer. Steigt ein. Vamos, muamanse. Está bien, está bien. Das ist mein Stealthvertreter. Sergeant Major Rodolfo Parra. Ich habe Angst vor Geistern, geil. Ganz Spanisch? Nein. Das wirst du. Ich habe Angst vor Geistern, geil. Du bist einfach besser, Mann. Wo ist der Truck für Überwaffneter? Hey, hey, tranquilo. Reus, das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekrutieren die Narcosoldaten. Und euch nicht? Wir sind vom Jir. Wir sind los Paqueros. Die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Ja, ganz entspannt da. Schön da mit dem Truck. Kinderwaffen und Balance. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von Elsin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? Elsin Nombre. Der Namenlosse. Der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Paqueros mögen es für dich. Mit deiner Maske hast du gut hier reinkaufst. Oje, kall mal da. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts. Wir weichen uns. Wieso? Einige Truppen gehören zu Elsin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Er macht den Kassan in ein Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da noch. So, damit machen wir aber hier wieder Folgenende. Denn wir sehen dann beim nächsten Mal, wie es hier so in Las Almas abgeht. Bin gespannt drauf. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.